Ja, einen schönen guten Morgen. Wir haben Sonntag, 6.30 Uhr. Was machen wir heute? In den Heidepark gehen. Ja, ich weiß, im Heidepark waren wir erst, aber wir wollen mal sehen, wie es da so richtig schön voll ist in den Sommerferien. Stimmt's? Glaub schon. Und jetzt sind wir schon da im Heidepark Holiday Camp. Wir haben gerade unser Check-in gemacht und wir haben auch jede Menge in die Hand bekommen. Also so Prospekte habe ich hier gerade auf der Hand. Den Rest haben wir hinten im Kofferraum drin. Da haben wir solche All-Inclusive-Bänder und Gutscheine, glaube ich. Und naja, jetzt müssen wir noch erstmal ein bisschen warten. Es ist halb neun und ja, unsere Zimmer sind wohl noch nicht fertig. Ja, aber wir haben noch nichts gegessen, also sollten wir mal besser schon mal anfangen. Beim letzten Mal, als wir im Heidepark waren, haben wir komfortabel im Abenteuerhotel gewohnt. Diesmal haben wir uns das Holiday Camp ausgesucht. Das ist deutlich billiger, nämlich nur 158 Euro. Dafür ist es auch nur etwas besseres Zeltplatzniveau, glaube ich. Man wohnt in so Holzhütten. Wir haben schon Luxus, nämlich eine Holzhütte mit Bad. Und noch mehr Luxus, wir haben sogar Bettwäsche und Handtücher. Aber dafür ist es, wie gesagt, ein sehr günstiger Preis, denn man bekommt für das Geld nicht nur die Übernachtung und ein Frühstücksbuffet und ein Abendessen und Mittagssnack und Softdrinks umsonst, sondern sogar zwei Tage dem Parkeintritt für zwei Personen da mit bei. Und das finde ich schon ein super Angebot. So, nachdem ich eben erfolgreich im Stream gefahren bin, ich habe mich jahrelang davor gewehrt, das zu machen, aber es ging eben nicht anders, kommt nur eine Babyfahrt. Jetzt sind wir im Big Loop. Das war meine erste Achterbahn, habe ich schon mal im anderen Vlog gesagt, glaube ich, die ich jemals gefahren bin. Das wird eine Erholung. Aber das tun wir auch nicht so schlecht. Können wir eigentlich noch mal machen. Aber jetzt erst mal diese Fahrt genießen. So, jetzt haben wir schon so einige Fahrten gemacht. Welche Fahrten haben wir so gemacht, Jolie? Hi. Achso, ja, bitte eine kurze Wartezeit einrechnen. Wir essen gerade was sehr Gesundes hier. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte hold the line. Big Loop und Flug der Dämonen und Ghostbusters 5D und was noch? Das war ja schon so einiges. Jetzt sind wir aber, wie gesagt, was Gesundes. Einen leckeren Hotdog. ... ... ... ... Au, 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 au. Steig. Halt deine... Du steigst ein. Schließt den Sicherheitsbügel und klammerst dich mit beiden Händen fest an die Griffe. Du fängst an zu zittern. Dir stockt der Atem. Deine Herzfrequenz erhöht sich. Schrei, wenn du willst. Hören wird dich da oben sowieso keiner. Du fährst ganz langsam in den Himmel. Die Gondel bleibt stehen. Du beginnst zu zählen. 23, 22, 21 und dann fällst du ungebremst in die Hände. Scream, der höchste Giro-Drop-Tower der Welt erwartet dich. So, da wir im letzten Vlog ja schon so viel vom Heidepark gezeigt haben und uns nicht wiederholen wollen, machen wir heute ein bisschen weniger an Karussellfahrten. Aber? Ja, also ich habe schon eine Lieblingsbahn. Das ist der Scream, der ist da hinten. Aber hinter uns ist gerade Flug der Dämonen. Und dort gehen wir auch gleich rein. Wir hatten das mit dem Express-Butler hier schon alles eingestellt. Für die, die noch nicht wissen, was ein Express-Butler ist, da kann man schneller rein mit. Aber das kostet halt was Bestimmtes. Und ja, wir sind in... 40 Euro pro Person. 40 Euro pro Person. Wann sind wir nochmal... Wann haben wir hier? Ich glaube, jetzt. Jetzt. Ja. Ja, heute erstmal genug gemacht. Jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal in unsere Hütte und gucken, wie die aussieht. Bin ich mal ganz neugierig. Und dann rufe ich mich erstmal ein bisschen aus und finde mich ein bisschen kaputt. Ja. Ja, wie auch schon vor einigen Wochen, als wir hier im Heide Park waren, es ist ein anstrengender Tag. Hat aber riesigen Spaß gemacht. Und das Tolle ist einfach jetzt wieder, dass wir nicht nach Bremen fahren müssen, dass wir hier im Park übernachten. Und morgen noch so einen Tag vor uns haben und dann nach Bremen zurückfahren. Ich bin schon gespannt, wie unsere Hütte aussieht. Du auch? Habe ich doch gerade eben schon gesagt, dass ich gespannt bin, wie die aussieht. Naja, erstmal, wie gesagt, das ausruhen. Oh, weißt du. Also, ich bin schon ein bisschen kaputt von den ganzen Fahnen. Ich hätte mir heute schon so gedacht, wie es auch in den letzten Tagen war, weil als ich hier war, ich war kein bisschen kaputt, obwohl ich so rumgetobt habe, aber heute, wo ich eigentlich nicht so viel rumgetobt habe, sondern eher nicht gefahren bin, bin ich irgendwie vermüde. Okay, wir haben ja auch einen anstrengenden Urlaub auf Mallorca hinter uns. Anstrengend deshalb, weil wir wenig Schlaf hatten. Wir sind relativ früh aufgestanden, morgens um halb sieben und es ging abends bis null Uhr, kann man sagen. Und das über zwei Wochen. Merkt man das schon irgendwann. Aber immer noch besser als Arbeiten und Schule. So, ich trage hier den Luxus unterm Arm, nämlich Bettwäsche und Handtücher. Das ist schon ein Luxus hier. Und wir haben Nummer 176, oder? 176, genau, süß, genau. Also erstmal gleich Betten beziehen. Ich kann das gut. Ich sag nichts weiteres. Papa macht mal jetzt mit. Der erste Eindruck. Ich fühle mich hier wie in Dänemark irgendwie. Also für mich ist das ein dänischer Baustil. Und das ist trotzdem schön. Der erste Eindruck. Ich bin superartig. Ich glaube, es geht nicht. Ich erinnere allgemein. Ich bin superartig. und wie immer gibt es eine room tour wir sind jetzt in unserer hütte angekommen wir fangen wir hier an mit dem wichtigsten ein fernsatz hier sogar mit fernbedienung hier haben wir noch eine kleine sitzecke finde ich auch ganz schön gemacht hier sind unsere betten und manche die liegt da vorne daneben sind immer nachttische und hier ist das bahnzimmer hier ist eine dusche waschbecken toilette und ja mehr gibt es hier eigentlich auch nicht außer diese tür da hinten da sind noch andere leute drin können wir natürlich nicht öffnen weil wir den schlüssel nicht haben und ja ich finde es eigentlich ganz schön ja wir machen uns jetzt auf den weg zum essen ich habe auch schon sehr großen murat aber wir wollten uns erstmal noch angucken wo wir sonst gegessen hätten weil wir gehen ja ins hotel dann jetzt essen wir haben da ein bisschen größeren preis dafür bezahlt aber naja sonst habe ich ein sehr großes murat wie gesagt und ich hoffe heute gibt es dort auch pasteten weil pasteten ist ja mein lieblingsessen und letztens gab es die da ja also ich drücke schon mal für mich selber die daumen ja das macht alles für mich einen sehr guten und soliden eindruck sage ich mal hätten wir auch vielleicht gar nicht umbuchen müssen für das abendessen aber wir fanden das letzte mal so schön da im hotel und darum das hotel ist vielleicht zu fuß fünf minuten entfernt machen wir es einfach nochmal also kann man gut machen hier finde ich so jetzt sind wir auch schon angekommen hier beim abenteuerhotel wo wir ja vor einigen wochen mal gewohnt haben als kleiner tipp also wer im heidepark übernachten möchte kann natürlich im hotel hier wohnen ist ein bisschen teurer aber dieses holiday camp für eine übernachtung oder für zwei das reicht auch es ist zwar eine einfache immoblierung im zimmer aber der service also dass man frühstück und abendessen hat und snacks zwischendurch das ist eigentlich okay für den preis vor allem okay ja papa hat gerade richtig gesprochen und oben auf dem hotel ist ein drachen von drachen ziemlich leicht gemacht ich bin mir nicht mehr ganz sicher wie der heißt ich glaube irgendwie ohne zahl oder wolken springer oder sowas bin mir nicht mehr so ganz sicher habe ich lange nicht mehr geguckt aber ich finde das alles sehr schön jetzt so zusammen gemacht passt alles ich fühle mich hier wie auf mallorca eigentlich aber wegen des lärms ja möchtest du willst du nicht was steht denn essen heute ich hab's geguckt aber gibt's heute nicht aber als er die margherita gesehen hat dann darf ich taktisch gerecht haben sag mal geht's noch lauter jetzt liegen wir hier im bett in unserem holiday camp zimmer unserer hütte sag ich mal wir waren ihnen die letzten die noch im hotel unterwegs waren ich finde es im hotel ziemlich früh wenn da schluss gemacht wird um elf aber na gut es hat familienhotel ja gute nacht ich muss mal sagen die betten die knaschen hier ziemlich einmal umdreht darum morgen soll wieder früh aufstehen also gute nacht bitte warten bitte warten bitte warten bitte warten ja nun sind wir im holiday camp im frühstück hier also hier gibt es ein gefühl ich weiß gar nicht mehr ob es in dem hotel abenteuer hotel da gab es auch frühstück ja stimmt ich dachte gerade so nach auf jeden fall habe ich hier mir solche schokokugeln also mischli so geholt und die schmecken echt lecker ist auch bisher mein einer meiner lieblings mischli wenn wir im hotel sind nehme ich die weil meine mama nicht weiß wo es die zu kaufen gibt ähm ja und jetzt genießen wir hier noch was essen was ist denn da passiert das war noch ganz voll da wo man das musli raus macht und dann ähm ja wollte ich ein bisschen rein machen aber dann ähm naja ist das passiert lächer express-backler schon wieder besorgt du hast schon wieder 10 faden gemacht hier mit dem big loop oder was war das eben mindestens zehn fahre Ja gut, ich war eben im Kragen, erste Reihe und wird mutiger am letzten Tag. Ja, aber Scream traut er sich nicht. Nein, Scream traue ich mich nicht und das werde ich auch niemals machen. Ja, ich bin einig. Ja, ich bin einig. Oh mein Gott. Ich bin einig. So, wir haben es jetzt platteln nach fünf. Wir haben 27 Grad im Schatten. wir sind fix und fertig ich jedenfalls ja ich bin auch fix und fertig und ja ich hab gerade ein bisschen schluck auf also nicht wundern falls man das hört ab und zu auf jeden fall gehen wir jetzt erstmal aus dem heidepark raus und dann wird erstmal also dann fahren wir mit dem auto wieder nach hause genau dann geht es doch mit dem auto nach hause mit klimaanlage und ab nach bremen würde ich sagen war sehr schön aber anstrengend aber auch und hier sieht man wie wir nach hause fahren ich war auf jeden fall sehr sehr müde und wir wollten uns noch mal für die 1000 abonnenten jetzt bedanken wir machen auch noch ein special also als wir das gesehen haben weil wir haben so eine app wo wir sehen wie viele wir auch haben und dann kommt schweffer so zu mir sagt wir haben 1000 abonnenten geschafft ich denke so oh mein gott ja und dann war es das jetzt auch mit dem video wenn es euch gefallen hat könnt ihr uns abonnieren und das video liken und dann würde ich sagen wir sehen uns im nächsten video tschüss tschüss